Was geht ab? Ich werde jetzt ready gemacht vom Westen Friseur Sinan für die ILPT Party, die ist am Samstag. Ich lasse mir jetzt ein bisschen die Haare schneiden und mache dann noch so das ein oder andere spektakuläre hier. Jetzt werden die Haare gewaschen. Das hier wird so richtig geil. Warum fühlst du dich wie eine Prinzessin? Das hier wird so richtig geil. Das hier wird so richtig geil. Wie ein Modell, oder? Nein. Okay, jetzt wird es oben noch abgenommen. Er schneidet gerade hinten. Okay. Man sieht schon eine krasse Feindabung, oder? Nein. Okay. 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 Die Haare sind jetzt gesteilt. Okay. Okay. Ich bin ja ein Model, deswegen jeden zweiten Tag. Okay, wir haben jetzt hier dieses Produkt. Das hat er mir gerade gegeben. Ich weiß jetzt nicht genau, was es sein soll. Ich kann nämlich kein Englisch, aber wir schauen jetzt einfach mal. Er macht mir das jetzt. Und Dekka, das hast du da auch gemacht, oder? Ja. Hat das weh getan? Ne Mann, das spürt man eigentlich fast gar nicht. Nein, tut gar nicht weh? Nein, gar nicht. Meine Nase juckt Dekka. Richtig schön. Ey, was machen wir jetzt? Jetzt gibt's nochmal Spaß. Es ist einfach voll warm in den Ohren. Ich habe meine Nase juckt so krass. Wirklich? Ja. Jetzt ernsthaft? Ja, jetzt ernsthaft. Vielleicht juckt's nicht mehr. Ich bin geschickt. Nein. Jetzt habe ich mich hier eingelassen, Alter. Hier kann ich weinen und will mal meine Tränen bitte. Zeig mal, wie du anziehst. Sie schwitzt. Okay, er zieht mir jetzt die Wattestäbchen da raus. Viel Spaß. Oha, was hat sich da für ein nacktes Griffelhaar drin? Oh Dekka, ich habe einen richtigen Buch in meiner Karte. Oh Dekka, das fühlt sich so weh. Shit. Ich bin ein Mann. Ah. Huh. Das sind aber riesenlange Haare, Alter. Film mal meinen Nasen noch. Das ist clean. Sau. Okay. Tut nicht weh, hast du gesagt, oder? Hm. Ah. Ah, das tut aber tot. Ah. Ah, der kommt in die Backe. Oh nein. Ah. 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 Dicker, ich weine. Film mal meine Tränen bitte. Krass. Oh nein. Er feiert einfach. Das hat sich weh getan. Oh, was kommt jetzt? Er feiert einfach. Ohja, das ist mein Leben gefickt. nie wieder brennt es das riecht so nach gurka ok das ist sehr erfrischend, das kann ich nur weiter filmen ich bin jetzt fertig, wer genauso fresh gemacht werden will wie ich von Sinan, der sollt ihr hier herkommen, die genaue adresse gibt es dann nochmal in der infobox, haut rein